ja monika wie geht es weiter also wir machen heute so ein spargel so ein frühlings spargelgemüse dafür müssen wir jetzt erstmal die ganzen karotten geschält haben und die spargel ich schäle die erstmal so wie immer zum unteren drittel und dann breche ich aber mit dem daumen an der stelle ab ach so wenn er mal nicht zart sein sollte du kannst es natürlich auch sofort machen aber das mache ich deswegen nicht weil dann kann ich das noch verwenden für irgendwas für die suppe oder so zum beispiel super oder man muss doch gleich mal wo du meinst du durch mit der karotte so unteres drittel ja so also geschält ist es und jetzt mal sowas und dann spürst du du musst das kannst du ja selber auch mal ein dann spürst du richtig wenn du hier lang gehst spürt man richtig die stelle zack und das ist und dann bricht es ab und das harte bleibt weg bei mir ist alles weich zack wunderbar genau ja und weitermach sage ich nur einmal wie ich die karotten will so leicht schrägst du ja genau so weiter lass ich dich und du machst heute ja was hast denn dafür strüpp alles das sieht aus wie eine wiese das ist von der wiese erzähl mal was ist also das habe ich heute morgen bei mir vom haus auf der wiese gepflückt das ist spitzzwegerich das schmeckt auch das hat einen leicht herben geschmack das schmeckt auch wirklich lecker im essen ja und hier habe ich noch eine kleine brennessel die schmeckt auch warum kannst du die anfassen könnte ich jetzt nicht ja gut jetzt jetzt habe ich sie am stiel ja aber wenn man sie essen will dann muss man sie longieren muss man wasser drüber schütten heißes wasser und dann geht das brennen weg wenn du hier so fleißig bist muss ich auch mal loslegen die schnippelst du einfach klein jetzt ganz ganz fein sowie schnittlauch oder petersilie genau und dann auch den spargel und die roten alles so so schräg schnippeln super schräg hast du gesagt super schräg kann es ruhig ein bisschen dicker bleiben das passt schon so guck das passt schon ich packe das richtig fein weil der ist auch relativ hart von der konsistenz ja dann ist schöner wenn man ein bisschen fein hat so und die spargel willst wie auch schräg doch doch genau aber wichtig ist halt die spitze nicht nicht mit schneiden genau jetzt stopp stopp das lassen wir übrig genau ja okay liebe zuschauer sie sehen bei uns ist schon alles voll im gange wunderbar schöne grüne spargel genau was soll ich dann mit den schnippeln hier machen einfach mal in den kleinen topf ja alles kannst du schon direkt rein tun und ich wohl mal margarine aus dem kühlschrank okay ich hab noch so ein rest das ist kartoffelpüree von gestern da machst du was damit da werde ich jetzt das verwenden kannst du einfach großzügig großzügig ein stückchen nehmen ja und einfach rein kannst du direkt alles rein machen kann ich warten ja da kann nichts passieren da kann nichts passieren wir machen nämlich jetzt noch einen kleinen schluck wasser dazu aber ich nur mini und ein mini schluck wasser ja das war ja fast nur ein esslöffel okay nehmen wir noch einen zweiten esslöffel gut und dann salz und pfeffer ein bisschen drauf und deckel zu und dann lassen wir das für sich alleine ruhen ja das ist simpel einfacher also spargel muss überhaupt nicht aufwände sein wirklich nicht das kann ja sogar ich also ich mache jetzt wirklich nur den deckel zu fertig fertig kleine flamme aber du kannst gleich hier weiter loslegen das sind getrocknete tomaten ja und die passen halt super gut zusammen mit diesem spitzwiggerich währenddessen würze ich hier unseren teig schon mal dasselbe essen mache ich sechs und einfach mal mit quer drüber hacken einfach mal so perfekt einmal kreuz einmal quer perfekt genau und schau mal hier das ist ein grießbrei das ist ein hartweizengrieß den mache ich jetzt einfach mit rein ach so statt ein Ei für normale kroketten nimmt mir ein Ei genau genau statt ein Ei und das bindet mir so willst du es schon einfach rein genau gut und jetzt tut mir herzlich leid muss ich das in handarbeit erledigen ja hast du schon die genügend kräuter drin aber du kannst mir noch ein bisschen hacken während ich hier schon mal gucke ob ich die richtige konsistenz habe ich mache noch was damit die wirklich nicht so matschig werden sondern schön fest aber mit den händen merkt man natürlich genau dann merkte genau wie es passt soll ich schon die bradpfanne auf den herz stellen ja unbedingt noch zu früh nee nee kannst schon machen aber ich krieg die halt nicht so fein wie du das passt schon kein problem da habe ich ja glück gehabt so rein damit rein damit genau dann kannst du schon mal die bradpfanne drauf dann werde ich mal mich hier ran machen die hände mache ich ein bisschen nass weil das ja nicht den kleben die nicht so ich tue schwimmend backen oder ja das reicht aber das reicht so ok mit welcher hitze soll man es machen schön heiß oder eher sanft er er nicht ganz so heiß wie heißt die dinge eigentlich frühlingsmedaillons frühlingsmedaillons die sollen ja nicht anbrennen genau weißt du was du könntest schon mal kurz gucken salz pfeffer stimmt bei unseren karotten ja spargelgemüse das riecht super nicht schon lecker oder guck mal hier rein und einfach mit dem löffel rein einfach mal mit dem löffel rein und probieren exklusiv aber auch pfeffer ist genug ein bisschen salz pfeffer und wenn du willst meinst du ist vom fett her genug ja 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 es ist okay so schön angenehm cremig und kann man auch gleich mal das ist immer erstaunlich wie viele das dann doch werden frühlingsmedaillons genau schau mal ob die Pfanne heiß ist ja wunderbar und weiter geht und christoph ich mache noch ein getränk während dem ich hier brate ja genau alles klar die sind schön ein frühlingsgetränk da kommt ein viertel liter wasser und dann einfach so eine zitrone was du schälst das ja so geht es am schnellsten viertel liter wasser eine geschälte zitrone und dann brauchen wir noch petersilie kommt jetzt einfach hier rein ja wie viel war denn das ein ganzer bunt oder das war ein bunt man weiß nicht wie viel kann das ist aber einfach ein bunt war dann aber funktioniert so sieht es super aus also jetzt brauche ich mir mal hier die anzeige weil ich habe jetzt ein viertel liter wasser drin die zutaten und bin jetzt ungefähr hier angelangt und ich möchte jetzt noch beim knappen haben wieder oder ja aber ich möchte jetzt noch ein viertel liter gehe ich einfach bis dahin ein viertel liter ananas saft und dann noch ein schuss holunderblüten sirup der ist ohne zucker und jetzt ist das schon fertig das getränk das ist wirklich ein wunder hier aus altem kartoffelpüree sowas schönes und der grieß bindet wirklich wie also wozu ein ei wenn es mit grießend geht und jetzt muss das durch ein sieb das wird alles voll durch püriert alles einfach abgesiebt dann abgesiebt und dann geschmack ist eine flüssigkeit geschmack vitamine alles du kriegst jetzt schon gleich eine belohnung für deine arbeit ich habe ja schon gleich einen schluck fertig das ist toll sollen wir schon gleich mal einen schluck genießen fast gefährlicher richtig giftig also noch aber das zuftet herzlichen dank machen sie es nach probieren sie es ich habe richtig hunger schon auf unser essen können wir das gleichwert aber klar also diese superschönen frühlingsmedaillons vielleicht so nebeneinander aufeinander schräg so ist doch schön passt doch und hier haben wir so ein kleines frühlingskräuter das sieht ja toll aus jetzt brauchen wir nur noch von unseren super spargel sachen das sieht echt toll aus wie knallgrün der wird ja und ist echt total das sieht einfach schön aus moni das ist fast zu schade zum essen ich brauche noch ein bisschen mayo dazu ich habe hier noch so eine eifreie mayo okay ich mache sie noch ein bisschen nett also ein bisschen ich mache mal noch so ein paar nöckchen ja jetzt aber liebe zuschauer wir legen jetzt los ich bin sehr neugierig auf diese spargel die sehen gut aus liebe zuschauer wir verabschieden sie hier schon einmal währenddem wir uns hier noch ein bisschen ran halten es schmeckt so lecker kochen sie zu hause nach freuen sie sich über diese einfache art zu kochen und wir wünschen ihnen viel spaß dabei auf wiedersehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal